Auf unserer Erde konnten wir uns dereinst an einem Gleichgewicht zwischen der zivilisierten Menschheit und den Tieren der Wildnis erfreuen. Keiner bedrohte die Zukunft des anderen. Unglücklicherweise hat sich dieser Zustand geändert. Heute gibt es keinen Ort mehr auf unserem Globus, an dem nicht hunderte von wilden Tierarten von ihrer Ausrottung bedroht sind. Ein Ergebnis des erbarmungslosen Vordringens und der Skrupellosigkeit des sich ständig vermehrenden Menschen. Die Ausbeutung der wertvollsten Bodenschätze der Erde hat erschreckende Höhen erreicht. Es ist das Ziel dieses engagierten Trios, Tommy, Aura und Albert. Albert, benimm dich. Wie gesagt, es ist das Ziel dieses engagierten Trios, Tommy, Aura und Albert, die noch verbleibende Wildnis der Erde zu bewachen, damit das Leben in der Natur für immer erhalten bleibt. Albert ist unser größter Held, Albert, du bist wie sonst gefällt, was immer dir auch passiert, du siegst doch garantiert, die Bösen jagst du aus der Welt. Albert, die Robbe kommt nun gleich, Albert, die Robbe bleibt bei euch. Was euer Kumpel sei, Albert, er ist gleich weit und freut euch auf Albert. Hurra! Albert ist unser größter Held, Albert, du bist wie sonst gefällt, was immer dir auch passiert, du siegst doch garantiert, die Bösen jagst du aus der Welt. Albert, die Robbe kommt nun gleich, Albert, die Robbe bleibt bei euch. Was euer Kumpel sei, Albert, er ist gleich weit und freut euch auf Albert. Hurra! Spaßchau! Luigi weintro.